so hallo ich darf kurz mal eine kleine ankündigung machen und zwar gibt es auf dem kanal von dem lieben tricky thunder das ist ehemals tricky thunder storm gewesen bei dem war ich in einigen let's plays dabei wir haben auch let's plays zusammen aufgenommen ich habe halt zum beispiel seinen hack gespielt falls man den noch kennt der hieß 6 level hintereinander egal was habe ich mit ihm einen together aufgenommen damit sind wir noch nicht fertig oder so aber es sind wir schon tausend parts die man hochladen kann ach ja und ist so ich sehe dass sogar so in der zweite part oben mensch das gibt es ja gar nicht und es ist ziemlich fähig das ist wie kannten das spiel überhaupt nicht und naja das war auch ein fehler dass wir es überhaupt nicht kannten wir haben so die erste stunde ist immer nur umgehört wusste nicht wirklich wie es geht wir haben wir kriegen vor allem nicht hin zu speichern was ich auch ganz toll finde also wer es sich antun möchte dafür sich gerne antun ich stehe entscheidend werden es so zehn minuten parts immer jeweils sein ja ich will gerade solch einfach ich könnte ich könnte doch doch ich könnte ja einfach eine playlist dazu anlegen ja ich lege eine playlist dazu an dann sieht man es auch wenn ich das da rein zieht ja aber noch mal die warnung es ist wirklich hochgradig es ist teilweise ein bisschen pervers warum sag ich jetzt nicht verdammt ist einfach so halt da so einfach so entstanden sage ich mal ist jetzt nicht so dass man da sagt oder haben wir jetzt ganz viel mühe das projekt reingelegt oder so um gottes will nein es ist ja ja was soll ich noch dazu sagen guckt euch an oder guckt es nicht an vielleicht besser wenn ich nicht egal ich kann mal ganz kurz rein klicken ich glaube du bist ja ja du hast ja komisch kapuze ok ich kann schlagen ja so in etwa läuft das einfach die ganze erste stunde nicht ganz so schlimm aber naja wir müssen den anfang immer wieder machen vielleicht ist es trotzdem ganz lustig ich weiß es nicht wir haben sehr viel gelacht bei der aufnahme das muss man dazu sagen also es ist extremst lustig gewesen das aufzunehmen wie eben auch weil zu dem hintergrund war und naja ja wie gesagt letztes mal wer sich angucken will der guckt sich an wer es nicht angucken will der lässt es sein ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss und weiß gerade nicht wie hier die aufnahme wende moment geht das hier mit ö mal gucken